so ich hoffe es klappt jetzt dann gleich müssen mal schauen wird man so zwischen die zwei stellen auch jetzt aktiviert er sich nicht mehr so hier zwischen die zwei stellen und dann mit mit wirbel sind ach den hebel aktivieren und jetzt müssen wir schneller durch mensch wir kommen jetzt immer noch wir müssen die länger offen halten würde ich jetzt mal sagen wir sind durch so hat ein bisschen länger gedauert tut mir leid für das mumifizierte leiche ach der ganze weg ist so voll nun ja dann gehen wir uns halt sofort magie schreie und die ist gegrillt nun ja auch tot und hier das alles weg und was nun aktivieren wirbelwind und wenn uns wieder oder bitte macht ich muss mit euch sprechen miete das dachzimmer im gansthaus schlafender riese im flusswald und ich werde euch treffen so hier sind münzen ach silberring hat nicht so viel wert was nur wieder da und hier ging es anscheinend raus husten graf raus fertig finito und aktivieren hebel komm weiter in die tie ach die ist ja leer hier hat jemand aber viele umgebracht das bin ja ich gewesen und wir rennen wieder raus das ist alles gewesen hallo guten abend und da hat so glühbirnchen nehmen alle gleich mit wenn wir können und wir müssen wo lang ach nach da unten fluss waren wir da nicht ganz am anfang ich muss die augen offen halten diese verdammten drachen könnten jeden augenblick zuschlagen ist gut ich bin vergeben also kommt nicht auf falsche gedanken fehlendall glaubt er kann mir kamilla valerius abspenstig so schlafender riese und wir müssen uns ein zimmer mieten so wie ich das gelesen habe ich betreibe die taverne es ist meine aufgabe fremde im blick zu haben wir ein dachzimmer miete das dachzimmer im gasthaus hier im flusswald kommt nicht viel das zimmer unter dem dach nun wir haben kein zimmer unter dem dach aber ihr könnt das zimmer auf der linken seite haben fühlt euch wie zu hause ok sie haben kein dachzimmer durch den krieg haben wir nicht mehr viel kundschaft ach das wohl war ein witz typisch mit dem dieb des horns wir wollen hier also seid das drachen blut von dem ich schon so viel gehört habe ja ich glaube ihr hatte das hier gesucht wir müssen reden folgt mir ist gut mensch mach jetzt lamentente nun können wir reden ach ja dann redet es mal die grau bärte scheinen zu glauben dass ihr das drachen blut seid ich hoffe sie haben recht das hoffe ich aber sieht mir nach wenn ich nicht gleich an etwas glaube nur weil die grau bärte es behaupten ich habe euch gerade das horn von jürgen windrufer gegeben bin ich damit auch ein drachen blut ich habe euch bereits das horn gegeben ich versuche euch zu helfen wie ich in meiner mitteilung erwähnte habe ich gehört dass ihr vielleicht ein drachen blut seid ich gehöre zu einer gruppe die schon sehr lange nach euch sucht nun nach jemandem wie euch das heißt wenn ihr wirklich ein drachen blut seid bevor ich euch mehr sage muss ich sicherstellen dass ich euch vertrauen kann woher weiß ich dass sie euch trauen wir erinnern uns an das was bei den meisten in vergessenheit geraten ist dass das drachen blut der ultimative drachentöter ist ihr seid die einzige person die einen drachen dauerhaft töten kann indem sie seine seele in sich aufnimmt könnt ihr es tun könnt ihr die seele eines drachen in euch aufnehmen gut und ihr werdet bald genug die chance bekommen es mir zu beweisen ja wir sind sehr alte feinde und wenn mein verdacht stimmt haben sie bei der rückkehr der drachen vielleicht ihre finger im spiel aber das ist jetzt unwichtig wichtig ist hingegen dass ihr vielleicht ein drachen blut seid drachen kehren nicht einfach zurück sie kehren ins leben zurück in all den jahren waren sie nicht einfach an einem anderen ort sie waren tot vor jahrhunderten getötet von meinen vorgängern nun geht irgendetwas vor sich wodurch sie wieder zum leben erweckt werden und ihr müsst mir helfen das aufzuhalten ähm was wollen wir hier fragen ich weiß es eben ich habe ihre alten grabhügel besucht und sie leer vorgefunden und ich habe herausbekommen wo der nächste drache ins leben zurückkehren wird dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen drachen töten wenn es uns gelingt sage ich euch alles was ihr wissen wollt künishain dort in der nähe befindet sich ein altes drachengrab wenn wir dorthin gelangen können bevor es geschieht finden wir vielleicht heraus wie es ich muss meine reisekleidung anlegen geht mir nur eine minute dann so jetzt bringen wir zuerst das horn zu angriere und dann schließen wir den anderen quest so ich begebe mich hier raus und werde jetzt zu diesen anderen quest abschließen so und wohin müssen wir ach das ist ja hier oben markierung gesetzt und werden dahin reisen so jetzt sind wir hier oben ziemlich wie soll man sagen weiß voller schnee hier und hallo hoch hier bringt mir das horn von jürgen gut gemacht ihr habt nun alle prüfungen bestanden folgen es ist zeit euch in aller form als drachen blut anz wir sind bereit das letzte wort von unerbittliche macht zu lernen was so viel bedeutet die stoß da draufstehen das ist 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 Haben wir alle. Was soll jetzt das? Tut mir leid, aber... Da ma'am, da rauch! Doverkin, ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hochrodgar steht euch nun offen. So, Magie, jetzt haben wir. Die Schreie. Und hiermit werde ich mich verabschieden mit dem Schrei. Bis bald, zum nächsten Mal. Bis bald, zum nächsten Mal.